Hallo und willkommen wieder zurück zu Let's Play Alice Madness Returns. Ich bin euer Bloody Cat und wir folgen direkt wieder weiter dem Licht. Darüber? Okay. Wo jetzt lang? Darunter. Okay. Ach, das sind Seepferdchen, was uns begleitet. Hier können wir uns ein bisschen auffrischen. Auffrischen! Auffrischen! Oh! Das Seepferdchen geht weiter, das weißt du. Ich bin da. Wo geht's weiter? Oh Gott. Okay, ich seh's. Kannst du bitte ein bisschen schneller leuchten? Ah, wir leuchten nicht so weit. Ich bin da runter. Jetzt sind die Rüge noch viel weg. Dankeschön, Seepferdchen, weil du niemals auf mich wartest. Ich glaube, damals habe ich das immer hier verkackt, glaube ich. Weil die Dinger uns immer so nach oben und runter gegangen sind. Die Seepferdchen sind erstmal normal. So ist normal. Ich weiss mal kurz auf das Seepferdchen. Bist du schon da? Wartest du auf mich? Nein, du bist noch weiter nach. Wahnsinn. Verschworen werde ich es mir nicht holen, Gott sei Dank. Ich könnte direkt hier rauf springen. Und direkt runter. Und ich bin jetzt weiter. Danke, nun bin ich wieder mit meinem Schiff vereint. Wir haben kaum Lebensenergie. Das schaffen wir schon. Hoffe ich mal. So ein letzter von den drei. Beeil dich, Alice. Ich muss mich gar nicht beeilen. Dreht mir wieder ein paar Kisten sind? Ja. Das ist ja schön an dem Spiel. Die Kisten spawnen einfach immer nach. Immer. Okay, vergiss es. Da ist nichts drin. Da ist überhaupt nichts drin. Vergiss, was ich gerade gesagt habe. Das ist alles Luch und Truch. Alles. Alles. Genauso wie Alice. Alles. 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 Schon das nächste Ding. Ähm. Alles. 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 Ich komme immer nach, oder was? Oh Gott. Okay. Ja, die kommt wieder. Nicht den anwählen! Oh, Mädel! Jetzt reicht's. Wo seid ihr? Wo bist du, Schwaste? Das ist jetzt mit den Würmern. Kannst du den Typen nicht so richtig ansehen? Ich hätte... Oh, wieso ziehst du denn jetzt da hinten? Da hinten, weißt du? Aber nicht da hin. Oh! Ja, cool. Dankeschön. Ja, ich möchte gern fortfahren. Ach, das wird jetzt grad eben so... Schwieriger. Wie viele Blümchen haben wir? Ja, super. Die Kiste wird da gegangen. Aber nicht da. Ich guck kurz, ob da jetzt noch irgendwie in der Kiste was drin ist. Oh ja, bitte. Gib mir Heilung. Ich glaube, da ist jetzt nichts drin. Da werde ich jetzt auch nicht mehr mal... Nicht nochmal nachgucken. Okay. Rageboot Nummer 2. Rageboot? Rage Mode. Rage Mode. Das ist gut. Okay, immer in Gewürgen bleiben. Ich möchte auch gern wieder den anderen Griesen. Das ist gut. Ah, es ist ja wieder okay. Hey, ich hatte meinen Pokal-Klingel schon. Wie extra bin ich jetzt aufgerüstet? Ich lasse ihn mal kurz ein bisschen werfen. Mit Absicht, damit er den Gewürmler erkannt. Das war jetzt nicht mit Absicht. Es ist echt schwer, den jetzt ganz anzuversieren. Ich will, ich hätte gern... Ich komme einfach nicht an den Rand. Ich will immer wieder neu spawnen. Danke! Ich ziehe überhaupt nicht das an, was ich mitten drauf gerade angucke. Nicht in die Bombe rein springen! Jetzt sind wir das... Mist. Und dann kommen wir auf dem Spiel. So, pass doch. Wofür ist, wir sind weg. Wir sind weg. Danke! Oh! Im Meer, Herrgott! Und dafür haben wir schon jetzt 10 Minuten fast drauf gegangen. Haben Engel auch so viel Ärger? Ja. Was ist das? Achso, das ist die Pferdchen. Gut, auf gehts. Ich muss auf die Pferdchen warten. Jetzt gehe ich nicht weiter. Äh, Seepferdchen? Kürze bitte. Ach, du Luder. Ich werde nicht mehr. Wieso geht die jetzt weg? Ich habe doch noch ein bisschen hingestellt. Ich habe doch noch ein bisschen hingestellt. So, hoch und direkt drüber. Kamera, könntest du bitte da hinrichten? Bloody Cat, Rage Mark Nummer 3. So, ihr könnt direkt oben bleiben. Ich wollte schon sagen, gerade eben. Lies. Schon gesehen, Pferdchen, aber ich muss mich gerade ein bisschen heilen. Ob sie jetzt im Zimmer nur irgendwo bleiben, muss ich mir eben auch. Aber ich halte mich gerade erst mal komplett. So, wo lang? Da lang. So, jetzt einfach zurückziehen. So, jetzt einfach bitte. So, jetzt einfach zurückziehen. Auf dem? Wir wollen. Also, der ist jetzt, würde ich das nicht verstehen. Und das war noch viel knapper. So ist es recht, Dern. Zurück zum Schiff mit mir. Also manchmal ist die Kameraführung echt für den Arsch. Ich danke dir, Alice. Sei so gut zu dir, wie du zu uns warst. Holt den Anker ein und dreht bei, Männer. Wir steuern gern hohe und glorreiche See. Ja, viel Spaß wünsche ich euch. Alice, das Spiel macht einen echt rasend. Zumindest habe ich jetzt wieder volle Lebensleiste. Leistung, wollte ich kann schon sagen. Ah, war mein Kind das ja schon mit mir mit meiner... Verbrabbelte, verbrabbelte Dette. Ich wusste es. Der sah schon so seltsam aus. Ich wusste es. jetzt wollte sie auch noch fast nicht springen danke okay Wer eine Seele zerstört, zerstört eine ganze Welt. Darin liegt viel Weisheit, Alice. Ich guck mal, wir irgendwas aktivieren. Aber da haben wir schon irgendwas aktiviert. Okay, da können wir wahrscheinlich... Nicht durch, okay. Hätte ja sein können. Äh, achso. Und hier raus. Gut. Oh, Rutschpartie. Okay. Oh, wieder alle klingeln. Verglich. Nein, nein, nein. Ich will nicht schneller. Ich will nicht schneller. Ich will nicht schneller. Ich will da oben drauf drehen. Ich will da oben drauf drehen. Nein, nein. Haha, gerettet. Endspurt. Endspurt. Oh nein. Das Viech, liebe Leute. Ich hasse dich ohne Ende. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Lauf, Alice. Oh, jetzt kleben meine Finger auch noch so. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Geh mal ab, Fräulein. Das ist eins der schlimmsten Monster hier überhaupt. Ich hoffe, du packst selten fest, Jungs. Hallo, Alice. Geht's bitte auswählen? Okay, wir drehen den Schirm. Ja, haben wir's? Haben wir's? Haben wir's? Oh, bitte sag, dass wir's haben. Wo ist das hin? Haben wir's geschafft? Ist er tot? Sind wir frei? Ja, Gott sei Dank. Das ist eins der übelsten Gegner hier im ganzen Spiel, Leute. Irgendwelche Endbosse, das ist sowas von egal. Aber das Viech, das ist sowas... Und wir werden es nicht nur einmal jetzt begegnen. Oh, was ist hier passiert? Das Fisch ist tot. Das Fisch ist, äh, auch tot. Äh, die Fische... tot. Oh Gott. Ich höre Schweinsnase. Welche hinter? Oh nein, eine Mupfel. Ich schlafe aber zum Glück nicht mehr in zwei Minuten. Haar. Einmal kurz mal die Fischis an. Guck mal, ob da noch irgendwas zu holen... Ahaha! Dann hol es doch die Schweinsnase. Kann nicht irgendwo da sein. Dann hab ich ganz leise einen Hilferuf gehört. Ich hab immer ganz, ganz leise... ... gesagt. Und ich war das diesmal nicht. Leute, ich würde sagen, wir beenden ja erstmal hier die Folge. Machen ein bisschen... Eine Minute früher. Schluss. Und äh, genießen noch ein bisschen den... Anschau von diesen... ...leckeren Kreaturen. Jetzt weiß ich, sie sind tot. Also, bis zum nächsten Mal.